Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ghosts Bot Match, dieses Mal Schwierigkeit gemischt in beiden Teams, außerdem Herrschaft auf Prison Break. Ich habe zwei Klassen erstellt, mit denen ich jetzt zocken werde und wir starten einfach mal die Runde, bevor es jetzt irgendwie ewiges Gelaber gibt. Dann trinke ich noch einen Schluck zur Einleitung. Und jetzt habe ich immer noch ein bisschen Wartezeit. Ich gehe dann mal eben meine Steuererklärung machen, mein Testament, werde ein paar Kinder in die Welt setzen, wieder umbringen, ins Gefängnis wandern, wieder rauskommen. Und dann können wir die Runde auch schon starten. Allerdings habe ich immer noch Zeit. Aber ihr wisst ja, da muss ja die exorbitante Grafik geladen werden, das ist natürlich alles schon verständlich. So ein Rotz! So, jetzt habe ich es gesagt. Okay. Dann können wir jetzt ja loslegen. Weiter geht's! Warte auf mich, mein Untertanen. Weiter, Charlie! Ich habe gesagt, du sollst warten, du Arschloch, nicht wegrennen. Hohohoho, alter Vater, voll in die Fresse! So, dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwie an C rankommen oder ob das jetzt noch zu schwer ist. Wir haben A verloren! Nein! Boon! Wow, hinter mir! Alter! A wird gesichert! Damit habe ich nicht gerechnet. Jawohl! Und da ist noch einer. Das gibt es wohl nicht. Wie viele seid ihr? Scheiße! Wir verlieren Bravo! Na komm schon, traut euch! Weitereich, ihr habt drauf gesichtet! War da nett noch der Kopf von einem anderen eben? Ha! Wir verlieren B! So, diesmal war keiner unter der Brücke. Ich habe extra nachgeguckt. Aber da hinten ist einer. Wow! Der Feind hat Bravo! Wir haben ihn gesehen. Und wir haben ihn. Na! Da guckst du eine Sekunde woanders hin und sofort kommt er um die Ecke und rotzt sich dermaßen weg. Wir verlieren Sie! Scheiß Timing! Wir verlieren Alpha! Wir haben Charlie verloren! Wir haben Alpha verloren! Ne! Vergiss es! Der Feind hat Sie! Ja genau, ey! Das könnt ihr mir echt nicht erzählen! Alpha gesichert! Das Ding ist, die Secondary Waffe, mit der komme ich gerade voll gut klar, aber mit der Primary überhaupt nicht. Fick dich! Wir verlieren B! Halt! Wir haben B verloren! Alles ist besser als meine. Ha! Ah! Was ein Rückstoß! Steht nicht in der Waffenbeschreibung, dass die verringerten Rückstoße oder sowas hat? Am Arsch die Räuber, ey! Wir verlieren Alpha! Alter! Verlieren wir jetzt alle Sports oder was? Steht wird gesichert! Na, komm schon. Das war ein bisschen knapp. Nein, 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 nein. Vergiss es. Jawohl. Und Wecke. Und Hund. Und überhaupt. Ich weiß nicht, ob wir dieses Scheppern die ganze Zeit hörten. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber das geht mir dermaßen auf die Eier. Und das auch. Nein, jetzt hängt es da oben fest. Und hinter mir waren sie. Wir liegen hinten, ey. Das ist so peinlich. Ich meine, es kann passieren, weil ich ja die Bots auf gemischt gestellt habe, kann es halt auch sein, dass ich die ganzen Kackviecher habe und die Gegner haben halt voll die awesome, keine Ahnung was. Aber eigentlich... Eigentlich, eigentlich, eigentlich... Ey. Also bei meinem Glück, hätte es mich nicht gewundert, wenn der mich jetzt trotzdem noch weggebratzt hätte, auch weil er, äh, auch während er blind war. Nein. Komm schon, verrecke. Oh, ein Hitmarker. Ohne Flachs. Ich will jetzt B haben, gell? Wir haben A verloren. Alter. Den möchte ich nochmal sehen, bitte. Das gibt es doch nicht. Dann gehen wir halt erstmal A an. Bravo, wird gesichert. Wir verlieren Sieg. Der Feind hat Sieg. Alter. Alpha wird gesichert. Ich komme mit der Empfindlichkeit noch nicht so klar gerade irgendwie. Also im Laufen geht es, aber wenn du zielst, dann bewege ich den Stick viel zu wenig. Dann bewegt das Ding sich viel zu langsam, das Fadenkreuz. Oh, war mir fast klar, dass da wieder einer von der Seite ankommt, ey. Ich, nochmal, ich muss es nochmal betonen. Einfach, um es nochmal wirklich ganz klar gesagt zu haben. Ich hasse die Maps in Ghosts. Ich finde die irrsinnig scheiße. Wir verlieren Sieg. Wir verlieren A. Wir haben A verloren. Der Feind hat Alpha. Und für alle, die die letzten Folgen nicht gesehen haben, die jetzt sich fragen, warum denn, während du bei MW3 oder so oder bei Black Ops, Alter, wo hänge ich denn jetzt schon wieder an dem Kabel, noch die Möglichkeit hattest, ja, okay, der kommt entweder von da oder von da oder ist da oben in dem Raum drin, kann er hier aus allen Scheißrichtungen kommen, der Gegner von überall. Das ist vollkommen egal, wo du bist. Du kriegst sowieso aufs Maul. Okay. Ja, diesmal war ich schneller, Kollege. Wo laufe ich denn eigentlich hin? Achso, ja, zu B. Jawoll, jetzt könnten wir endlich mal die Führung erringen. Wir verlieren die Führung. Wir verlieren Alpha. Oh, wir verlieren A. Wir verlieren C. Wir haben A verloren. Wir haben C verloren. Der Feind hat A. Ach, ey, wieder zu lang gebraucht. Charlie wird gesichert. Komm schon! Charlie wird gesichert. Ach, zu langsam gewesen. WTF? Hast du dir so gedacht, ne? Bravo verloren. Der Feind hat weh. Die hätte irgendwie weiterfliegen sollen. Alpha wird gesichert. Alter, wenn der mich jetzt gekillt hätte, wäre ich dermaßen ausgeflippt. Das hätte ich entweder schneiden müssen oder die Folge löschen. Alpha wird gesichert. Wir verlieren C. Hund. Wachhund bereit. Go. Wir haben Charlie verloren. Der Feind hat C. Wir haben die Führung verloren. C wird gesichert. Ich habe noch genug Munition. Alles safe. Und weiter. Wir haben die Führung verloren. Charlie wird gesichert. Der Feind hat Alpha. Wir liegen in Führung. Geschütz bereit zum Anrufen. Yes. Jawohl, jetzt geht es immer richtig runter. Wo? Alle Punkte eingenommen. Positionen verteidigen. Wir gewinnen diesen Kampf. Wir verlieren A. Alter. Wir haben A verloren. Wir verlieren A. Boah. Jetzt habe ich mir fast in die Hose geschissen. A wird gesichert. Wir verlieren B. Hinter mir. Jo, mein Heli ist auch schon down. Was ist denn los hier? Der Feind hat Alpha. So. Der Feind wird gesichert. Alter. Alle Punkte eingenommen. Positionen verteidigen. Wir verlieren A. Die übernehmen schon wieder A. Das gibt es doch nicht. Boah. Der hat Alpha verloren. Wir verlieren Charlie. Den wollte ich jetzt sehr gerne nochmal sehen. Aber danke, dass ihr ihn mir einfach wegschneidet. Nein. Immerhin haben wir gewonnen. Ich habe es doch noch irgendwie geschafft. trotz meines ruinösen Anfangs. Boom. Du hässlicher Vogel, ey. So. Damit hätten wir diese Runde... Wow, das ist am Ende doch nochmal ganz schön gut ausgegangen. Diese Runde erfolgreich beendet. Und, ähm, ja. Ich werde noch eine machen. Nach wie vor Herrschaft. Aber ich werde noch eine andere Map machen. Wir sehen uns also gleich wieder. Beziehungsweise morgen oder so. Wann die nächste Folge kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss. Wir sehen uns doch noch einen Hinweise. Wir sehen uns in den about one Branch. Wir sehen uns. Wir sehen uns oder wir sehen uns.